hallo und herzlich willkommen bei alexanderlp let's play on the 2 mit der karte neustadt stadt v3.4 linie 3 haben wir wir fahren von ikea falcon reihe nach beringer straße und ja genau ich habe mit ein mercedes band o530g facelift natürlich mit e-box so wollen wir erst mal hier die linie eingeben 0 3 0 0 rute 1 falsch ok rute 2 ey kann doch nicht sein machen wir nochmal gucken wir mal hier oben rute 2 doch ist richtig rute 2 genau nach berger straßen so ja da steht ja leider nichts aber wir hoffen mal ist das dabei ja naja müsste gleich funktionieren so in ein minuten geht es los wir müssen einmal umführen ja genau ja ist egal wir müssen auch noch die heizung bedienen jetzt fahren wir einmal hier rum weil ich gehe ja einmal shoppen aber die leuten kommen ja so haben wir den bürgersteig benutzen ja also sonst und andere Scripture note und � Oh, die Sitze sind weiss. LOL. Ja, bestimmt hier. Container. Oh, die Sonne scheint. Wollen wir mal hier gleich Brollo runter. Jetzt haben wir ja einmal den Kreiselansagen. Nächste Haltestelle. Halsgestieg. Halsgestieg. Oh mein Gott. Oh, die Oma will mit. Guten Tag. Halsgestieg. 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 Cytze, Halsgestieg. Halsgestieg. Ich werde das hier über Steam kaufen. Erosauf hab ich ja auch von Reinhausen. Wie ihr das letztens gesehen habt. von diesem, keine Ahnung wie das heisst, aber Box oder so auspacken, das machen wir diesmal nicht. Und genau. Mal gucken wo der Taxi will. Der will da auch. Nächste Halterstelle. So. Wir fahren mal zügig heute. Jetzt. Nein, ich bin noch nicht die Karte gefahren. Ich würde gerne fahren. So. Da ist die Baustelle an der linken Seite. Ja, ist auch sehr schön gemacht. Und ja, genau. So. Ich weiss nicht warum das hier jetzt ist, aber, ähm, ich greife mich nicht an. Egal. Wir haben ein Jahr radiales Wetter. Frankfurt. Wir haben 14 Karte im Bus. Ich weiss nicht warum. Ups. Wo sind wir jetzt hier? Wir haben grün. Ich habe nicht aufgepasst, aber egal. Ich habe nicht aufgepasst, aber egal. Sagt hier keiner was. Wir haben grün. Ich habe nicht aufgepasst, aber egal. Hallo. Fahrkarte? Keine Fahrkarte? Schade. So. Einmal Foto. Fissen. Let's Play. Nein, das gefällt mir noch nicht. Jetzt. Foto für Let's Play. V-Schaubild. Muss sein. Und weiter geht's. Wir fahren jetzt weiter. Wir wollen ja zu unserer Engstretzung kommen. Pimplich. Wir sind auch. Natürlich Zeit mit Verspätung. Nächste Halterstelle. Auf dem Sie uns fragen. Spaß. Oh shit. Das hat keiner gesehen, nur ich. Aaaaahhhh. Jaja. Pass auf, wir wollen trennen uns einmal da. Ich habe einmal jetzt nicht aufgepasst. Leute, tut mir leid. Oh, meine Herren. Oh, da wird die ja lustig. Echt. Verfahren. Na super. Gucken wir erstmal F4 raus, wo wir fahren müssten eigentlich. So, hier nicht weiter zurück. Ah, ich habe die Hilfscheine ausgeholt. Aha, deswegen. Wir hätten hier rum müssen. Okay. Das kann, wenn man immer das, ja, ähm. Hey, es war ein Vernahme aus, hat und dann, ach, wir wüssten mal raus und der, ja, bleibt es so. Läuft mal hier. Aber egal. Kommt hier Euro raus oder D-Mark? Wollen wir mal gucken. Euro. Alles klar. Oder? Ja. Könnt ihr ein bisschen ahnen. Da kannst du Geld rumspielen. Spaß. Ich habe mich auch. Hallo. Wo willst du denn hin, du? Man, miserabel. Wilder aus, sowieso keiner mit. Also können wir weiterfahren. Wilder aus, sowieso nicht. Lala. Kommt y Hollanschalle. Hallo, guten Tag. Hallo, hallo, hallo. Hallo, 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 hallo. Vier Minuten Verspätung. Na, super. Fast ja, heute. Ja, was heute, Mannes. Na, hallo, hallo, guten Tag. Wenn ihr mich vorbeilasst. So, ab Ende. Kurz noch runter und dann wieder hoch. Notzwege. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Oh. Oh, fast ein Unfall, ey. Hallo. Hallo. So. Das war so eine kleine Baustelle wieder auch sehr schön gemacht. Heute fahren wir zum ersten Mal Neustart, sonst fahren wir hier andere Karten. Anruf Neustadt. Übergang zum Regionalverkehr der Deutschen Bahn sowie zur weiteren Buslinge. Bis zum nächsten Mal. 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 Bin oder so. Hallo. Hallo. Schön, guten Tag. Ja, guten Tag. Und weiter geht's. Wir fahren noch einmal jetzt los. Na komm, Omzii... Ja, Omzi hat seine Nachlader jetzt. Ich weiß nicht warum. Ja, Omzi hat seine Tage. Nächste Haltestelle. Stadttheater. Ja. 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 Guten Tag. Ja. 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 Da es 27 FPS geht, kann man auch nicht meckern. Wir haben sowieso Vorfahrt. Nächste Haltestelle, Gardeleger Straße. Da wieder. Ja, ich finde die Map auch ganz gut. Und ich will da auch keiner aussteigen, wenn wir weiterfahren. Und Stopp. Jo, nächste Haltestelle wollen sie aussteigen. Na gut, Ben, wird's gemacht. Berliner Markt, jetzt sind wir in Berlin. Berliner Markt, wir sind in Berlin. Berlin. 20 Grad, Bus. Jawohl. Da ist die Kontrolleurerin. Hier ist Berliner Markt. Hallo. Hallo. Eine Kurzstrecke bitte. Eine kurze. Jawohl, endlich eine Fahrkarte verkauft. So geht es nicht. Oh, meine Fresse. Wollt eigentlich eine Fahrkarte kommen. Ja, ich weiß. Ähm, hallo? Ja, einen Moment bitte. Einfach. So. Danke. Bitte. Alles scheiße. Oh, die Oma kommt. Jawohl. Jetzt wird Spaß. Ein Fahrschein bitte. Ein Fahrschein bitte. Ein Fahrschein bitte. Dankeschön. Bitteschön, Oma. Ein Fahrschein bitte. Ein Fahrschein bitte. Hier ist die kleine Baustelle. Die finde ich auch ganz gut. Ähm. Hier bei Neustellen. Ne. Ober. Oberstädt war das genau. Da war das auch hier. So kleine Baustelle. Aber. Ja. Jetzt haben wir Ampelrot. Es dauert, dass es mal 200 Jahre bis grün wird. Ich hoffe, dass ihr diesmal mich besser versteht. Wenn ja, könnt ihr einfach über dieses Video einen Kommentar schreiben. Der Link ist wie immer unter diesem Videobeschreibung. Ähm. Genau. Ja, wir haben ja bald gepackt. Das dauert erstmal bis es grün wird. 5 Minuten Verspätung. LOL. Läuft bei uns. Na komm. War grün. War warm. War englisch. So. Einmal schnell fahren. Nächste Halterstelle. Fast. Ja fast. Wegstätte. Weg. Hallo. Was? Schon mal schnell. Was. War englisch. Wo? Da. Was. War englisch. Was. Ich bleibe. Was. Was. Nächste Haltestelle, Nürnberger Strasse. Nürnberger Strasse. Wo ist das ein Problem? Nürnberger Strasse. Weiter geht's, jawohl! Da ist die. LOL! Der Paddy hat... ...durchbei Ausbrust. Nächste Haltestelle, Siedlungshalle Göringen. NERVO, Nürnberger Strasse. NITERALS. NERVO, NERVO. 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 und weiter noch zwei alterstelle und dann sind wir am ende natürlich kommt wieder im kernbusseminator sowie drehen sind wir darauf zu weiter und die nächste halterstelle behringer straße diese fahrt in die bitte alle aussteigen so wir fahren jetzt beim hausenplatz und dann endet das letzte fiel wir waren zu spät okay ja ich hoffe das video hat euch gefallen dann ja gebt mal einen daumen hoch schreibt einen kommentar unter diesem video wie ich sage tschüss bis zum nächsten mal euer alexander lp das war es mit um das nächste mal kommt wieder im simulator oder amt sie ich sage tschau tschau bis nächstes mal ade wenn auch nicht mein kanal ist abonnieren drücken besucht mich bei facebook fanpage wenn fragen offen sind dafür bin ich ja auch da wir können gefangen stellen und ja wenn euch das video gefallen hat gebt mal einen daumen hoch schreibt einen kommentar und dies video wünsche euch spaß und nächstes mal fallen wir an die linie 4 und ja bis dann bis zum nächsten mal tschüss